Liebe Geschwister, wir wollen am 24. April uns wieder als Gemeinde oder Hauskreis, als Geschwister, Treffen zum gemeinsamen Gebet in diesem Anliegen, das uns jetzt schon seit zwei Jahren beschäftigt und zu dem wir seit einigen Monaten jetzt diesen Gebetsaufruf haben herausgehen lassen. Als Wort über diesem Gebetsaufruf steht Psalm 28, Vers 6. Er lautet so, gepriesen sei der Herr, denn er hat die Stimme meines Fliehens gehört. Das ist ein Grund, den Herrn zu preisen. Er hört das Fliehen der Seinen. Dieser Vers ist Teil von Psalm 28 und der beginnt mit folgender Aussage Davids. Er empfindet es, dass der Heilige, der von Gott Geliebte, wenn Gott ihm nicht antwortet, ja, dann ist er nicht besser dran als die Gottlosen, die Gott nicht kennen, die seine Stimme nie gehört haben, die in die Grube fahren. Ja, wir sind ohne den Herrn, sind wir so hilflos wie die, die ihn nicht kennen. Wir haben ihn wahrlich nötig. Und diese Erkenntnis, die drängt uns gleich, David, zu ihm zu flehen, wie er sagt, zu ihm zu rufen, wie er sagt. Und diesen Psalm 28, Vers 6, wo David sagt, er hat die Stimme meines Fliehens gehört, kann man übersetzen dem hebräischen Sinn nach, er hat mein lautes Fliehen gehört. Wenn der Hebräer sagt, ich rufe mit meiner Stimme, dann klingt das etwas seltsam für deutsche Ohren, man ruft immer mit der Stimme. Aber damit will er sagen, ich rufe laut. Und das Zeug von der Dringlichkeit, auch vom Empfinden, wie nötig wir als Volk Gottes, wie ein David, die Hilfe Gottes haben. Und wenn er erhört, dann ist es ein großes Wunder seiner Gnade. Dann soll er gepriesen werden. Und wir wollen ihn darüber preisen. Wir wollen ihn darüber bewundern, dass er auf das Rufen hört von solchen, wie wir es sind. Von Geburt und durch unser Tun Sünder. Solche, die aufgestanden sind gegen Gott. Und wenn wir in Bedrängnis sind, dann verachtet er uns nicht. Ich denke da an dieses so bewegende Wort von David im Psalm 22. Das will ich auch lesen. Psalm 22, die Verse 24 und 25. Verkündigen will ich deinen Namen, meinen Brüdern, inmitten der Versammlung will ich dich loben. Das war schon Vers 23. Dann Vers 24. Ihr, der den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs, verherrlicht ihn und scheut euch vor ihm, alle Nachkommen Israels. Denn, und jetzt kommt eine Begründung, warum wir ihn loben sollen. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Elenden. So ist Gott. Wir sind ja im Elend der Sünde wegen, die durch uns in die Welt gekommen ist. Wie Paulus sagt, gleich wie die Sünde durch einen Menschen in die Welt kam. Und doch lässt uns Gott nicht in der Not allein, obwohl wir es verdient hätten. Er hört uns. Er hört das Seufzen der Bedrängten. Psalm 12, Vers 6. Wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen, will ich nun aufstehen, spricht der Herr. Ich will in Sicherheit stellen den, der danach verlangt. Und aus diesem Lob, aus diesem Lobpreis, das aus unseren Herzen zu Gott emporsteigt, weil er uns hört. Und weil er auch in den vergangenen Wochen bewiesen hat, wie er das Rufen der Seinen hört. Wie er eine überraschende Wende gebracht hat, auch in Deutschland. Wie der Bundestag anders gestimmt hat, als zu befürchten war. Darum preisen wir ihn, rühmen wir ihn. Und aus diesem Lobpreis steigt ganz organisch Gebet. Wenn wir Gott rühmen, wenn wir Gott preisen, dann tun wir es, weil wir ihn erkannt haben, wie er ist, wer er ist. Und das bekennen wir von ihm. Und aus dieser Erkenntnis fliesst ganz organisch Gebet. Dieses Vertrauen zu Gott, dass wir zu ihm rufen dürfen. Dass er uns hört. Dass Gott, unser Heiland, ein starker Helfer ist. Der helfen will und zu helfen, vermag. Und wenn wir jetzt beten, am Sonntag, den 24., dass Gott weiterhin wirke in der Obrigkeit, wirke in den zuständigen Beamten, die Entscheidungen treffen in dieser ganzen Corona-Sache, dann denken wir an Daniel 2, Vers 21. Davon sollten wir immer wieder bei unseren Gebeten für die Obrigkeit und für das Entscheiden und Schalten und Walten derselben ausgehen. Daniel 2, 21. Da bekennt David, er bekennt übrigens, spricht aus, was Gott ihm als Antort auf Gebet offenbart hat. Daniel 2, Vers 21. Ich lese auch den Vers 20, weil auch Daniel nach Erhörung seiner Bitten zuerst lobt, wie es sich gehört. Daniel 2, Vers 21. Daniel hob an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit in Weisheit und Macht sind sein. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab und setzt Könige ein. Und das bedeutet, dass Gott jeden, der irgendeine Gewalt hat, Verfügungsgewalt, als ein Beamter, er ist von Gott dahin gesetzt. Der Bundeskanzler, jeder Minister und sogar was nach Diskussionsrunden in Abstimmungen, dann der Bundestag oder in der Schweiz Nationalrat und Ständerat, was die beschliessen, auch das ist von Gott gelenkt. Es ist nicht der Mensch, der regiert. Gott regiert durch die Gewalten, die er eingesetzt hat. Und das gibt uns große Freimütigkeit zu beten. Sie sind alle in seiner Hand, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen, auch wenn sie es nicht wissen, sie sind in seiner Hand. Und sie sind so lange dort, wie er sie dort hält und keinen Tag länger. Und er hat Gewalt über ihre Entscheidungen, obwohl sie auch so etwas nie wahrhaben wollen. Aber es ist so, wie in Sprüche 21 steht. Wasserbächen oder besser Wasserläufen gleich ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wohin immer er will, neigt er es. Und das geschieht immer wieder. Wir hatten ja in der Schweiz ähnliche Einschränkungen wie in Deutschland, nicht ganz so scharf, aber trotzdem. Massive Einschränkungen für das Gemeindeleben, für das öffentliche Leben. Und mit einem Mal, das war im Februar, mit einem Mal hat der zuständige Bundesrat, Alain Berset, eine 180-Grad-Wende gemacht. Mit einem Mal gesagt, so, jetzt besteht kein Grund mehr, diese Einschränkungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Auf den Termin werden sie aufgehoben und genauso geschah. Und so dürfen wir dem Herrn vertrauen, dass er auch den in Deutschland zuständigen Minister Karl Lauterbach, dass er auch dessen Entscheidungen lenken kann. Mit einem Mal, Gott kann das wirken, dass er mit einem Mal um 180 Grad dreht. Und wir wollen zum Herrn rufen, dass er das Herz der in dieser Sache dann schlussendlich entscheidend lenkt. Und wir wollen auch rufen und beten für die Geschwister, die darunter leiden, unter den Einschränkungen, unter der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die noch da ist. Wir wollen beten, dass der Herr sie befähige, ihm zu vertrauen, dass sie nicht den Mut verlieren, dass sie sich auch richtig verhalten, dass sie richtig entscheiden in schwierigen Fragen. Wir wollen beten, dass Gottes Geist sich stärkt am inneren Menschen. Dass sie mit David bekennen können, mit Zuversicht, mit Überzeugung bekennen können, was David im Psalm 27 sagt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Licht und Heil. Das ist er uns. Und auf ihn verlassen wir uns. Und wir wollen selbstverständlich auch beten für die Heiligen und Geliebten Gottes, die in Lebensgefahr sind, die in grosser Not sind in der Ukraine. Wir wollen beten, dass der Herr sie bewahre, sie beschütze, sie versorge mit allem Nötigen. Wir wollen beten, dass er sie zu Lichtern macht, dass sie Helfer und tapfere, mutige Bekenner sein können für ihre Landsleute. Ja, und wir wollen beten. Wir wollen beten, dass Gott das wirkt, was auch er allein wirkt. Im Psalm 147, 14, dort steht tatsächlich, dass es Gott ist, der Frieden setzt in unsere Grenzen. Und im Psalm 46, in den Versen 9 und 10, ich zitiere jetzt einmal nach meiner eigenen Übersetzung. Da steht, geht, schaut die Werke des Herrn, er wirkt erstarren auf Erden. Das heisst, plötzlich sind die Kämpfenden, die Krieger, die ihre Waffen gebrauchen. Er starrt und hören auf. Er wirkt erstarren auf Erden. Und dann heisst es im Vers 10, er stillt die Kriege bis an das Ende der Erde. Er stillt. Das ist so wie auf dem See Genezareth. Da war Sturm. Der Herr steht auf und gebietet und dann war da eine grosse Stille. Genau das geschieht. Er stillt die Kriege bis an das Ende der Erde. Zerbricht den Bogen, zerschlägt den Speer, verbrennt die Wagen im Feuer. Und das wollen wir erbeten, dass das Werk des Herrn auch in diesem Land, in der Ukraine, dann in Frieden wachsen und zunehmen darf. Und schliesslich wollen wir mit David beten, was David auch im Psalm 28 betet, im letzten Vers. Psalm 28, der letzte Vers. Rette dein Volk, segne dein Erbteil, weide sie und trage sie bis in Ewigkeit. So betet ein Hirte der Herde. So betet jemand, der um nichts so besorgt und so bekümmert ist, wie um das Wohlergehen der Herde Gottes in dieser Welt. Und wir haben es wirklich nötig, dass der Herr uns sein Volk in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, dass er uns rettet. Jetzt nicht im Sinn von, dass er uns rettet aus dem Tod zum ewigen Leben, sondern dass er uns rettet vor Menschenfurcht, dass er uns rettet vor Untreue, dass er uns rettet auch vor Streit, vor Zerwürfnissen. Wir haben es nötig, dass er uns rettet im Sinne von Hebräer 7, 25. Daher vermag er auch völlig zu retten, die durch ihn Gott nahen, indem er, Jesus Christus, immer da lebt, um für sie einzutreten. Diese Rettung haben wir nötig. Und wir wollen beten, dass wir nicht durch Menschenfurcht oder auch Menschengefälligkeit dort stumm sind, wo wir reden sollten, oder uns da fügen, wo wir uns nicht fügen dürfen. Und auch wenn jetzt diese Einschränkungen in der Schweiz ganz gefallen sind, ist gar nichts mehr da. Und auch wenn das in Deutschland so kommt und in Österreich, dann müssen wir wirklich uns fragen, wie haben wir uns in den vergangenen zwei Jahren verhalten? Und ich muss bekennen, was uns in Arbon betrifft, was mich betrifft, wir sind viel zu gefügig gewesen. Wir haben uns so viel gefallen lassen. Es ist nicht recht gewesen. Wir wollen beten, dass der Herr uns den Glaubensmut gibt, uns in solchen Situationen recht zu verhalten. Dass er uns auch bewahrt vor Selbstzufriedenheit. Dass er uns überführt, wo Selbstzufriedenheit da ist. Dass er uns rettet auch vor Unbusfertigkeit. Und dass er uns segnet. Ja, wir haben es nötig, dass er uns heimsucht. Dass er zu uns kommt. Dass er uns nahe ist. Dass wir seine Nähe erfahren. Dass er uns durch seinen Geist erweckt. Und uns trägt. Trage sie bis in Ewigkeit. Wir haben es nötig, dass er uns tragt. Wir können uns selbst nicht halten. Wir können uns selbst nicht tragen. Wir haben ihn nötig. Und dafür danken wir ihm. Amen.